Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal MarvinLive04. Ich mache heute mal was anderes, das habe ich mir überlegt, aber ich auch auf meinem Kanal. Ich kann mich jetzt schon mal entschuldigen, dass meine Xbox sozusagen in die Spiele nicht gehen. Ich habe keine Verbindung und so und ich kann halt hier mit Kameras aufnehmen. Ich brauche halt was, was auf dem Fernseher zeigt und das geht nicht. Ich habe aber heute vielleicht was anderes vorbereitet. Hier sind wir den Mülleimer und hier sind wir einen Stoffball. Also ich habe zehn Versuche und in den zehn Versuchen sagen, wie immer, muss ich vier in die Mülltonne treten und ich schieße ab hier. Ja, da vorne ist der Mülleimer. Ich lege, ich mache fünf, ich mache fünf so und in den letzten fünf lege ich halt mein Tablet, dass ich auch da rein. So, dann fangen wir auch gerade mal an. Oh, das ist jetzt für mich ein bisschen schwer. Ach nee, ich lege euch einfach direkt da rein. Also ihr könnt jetzt mal in die Zicke gucken. Ja, warte, ich guck mir gerade aufs Haus gekommen, das geht alles gut. Dann füllen wir auch gerade mal an, jetzt ich halte mich hier einfach rein. So, dann fangen wir mal mit dem ersten Versuch. Und das war knapp. Also immer noch hin und also muss drei rein machen. Ja, also ich habe das im Probe gemacht und da habe ich zwei getroffen. Oh, ja. Der war völlig daneben, ist aber auch nicht schlimm. So. Der war sehr, sehr knapp, aber ja. Dann mache ich direkt weiter. Also nochmal so ein bisschen besser. Wird halt nichts. Jetzt habe ich nur noch extra Loche. Ja, vielleicht mehr? Ja. Mal gucken, ob ich jetzt treffe. Müsste ich eigentlich mal treffen, um vielleicht dran zu kommen? Es ist jetzt eher sehr spät, ich probiere es mal. Ohne Sachen, ich habe jetzt natürlich jetzt noch eine Versuche und da kommt der. Das war der. Ohne Sachen klappen. Und jetzt. Und direkt da hinterher, der zweite. Ich muss noch ein treffen und ich habe noch drei Versuche. Ach. Schade, schade, schade. Mein Versuch war ein Treff. Müsste ich hinkriegen. Ja. Ja. Ich habe es geschafft. Und ich will in den Fall 4 und 4 und 4 und 4. Ach. Nee. Aber ist ja auch egal. Egal. So. Dann verabschiede ich mich auch schon schnell. Und ja. Tschüss.